Ey, hilfst du mit dem Flugzeug hin und her fliegen? Komm schon, hilfst du? Okay, du hast dich jetzt umgebracht, oder? Okay, wo bist du? Ah ja. Ja, ich sehe dich. Siehst du mich? Oh, ich sehe dich umgebracht. Oh, ich sehe dich umgebracht. Konflikt mit Loh? Ah, oh, okay. Okay, meine Freunde. Jo, er ist neben uns. Oh, Entschuldigung, geht's? Okay. Sollen wir losfliegen? Losfliegen, hallo. Ja, okay. Juppie. Jo, 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 jo. Wow. Boah, geil. Jetzt soll ich Loopings machen. Okay. Wow. Oh, das war ein Loopings. Hast du einen Fallschirm? Wo ist eigentlich Rambo-Killer? Wo ist eigentlich Rambo-Killer? Was macht er gerade? Weißt du, was er macht? Weißt du, was er macht? Ist er noch im Spiel? Doch er ist schon noch im Spiel, oder? Ja, er ist noch im Spiel. Okay, ich hebe wieder ab. Okay. Wir sind noch im Spiel. Weißt du? Ich weiß, wir werden anrufieren. Rausspringen, 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 alle rausspringen, sofort. Rausspringen, bist du rausgesprungen? Oh, was für ein Glück. Du bist zu spät. Oh nein. Geht. Ich weiß, ich habe es bemerkt. So frech. Ich weiß nicht, wer es war. Rambo Killer ist gestorben und ich jetzt auch. Wo bist du? Wo bist du? Du bist nicht tot. Hä? Ich dachte... Aber du bist... Ey. Du bist im Wasser. Oh, du hattest Glück. Du hattest jetzt gerade so Glück, weil wir nun jetzt gerade abgeschossen. Wir haben uns zu beendet. Oh, du bist du? Aus Schücci! Du bist zu Rumpf. Ich bin der Grund. Du bist sicher. Ums zu Rumpf. Du bist ja. Nö! Es ist jemand hier unten bei einem Rohr. Okay, ich komme zu dir. Mal schauen. Ich brauche ein Auto. Ich weiß, wo du bist, weil ich sehe dich. Bist du im Wasser? Wo bist du? Wo bist du? Oh, Entschuldigung, ich dachte, du warst ein Gegner. Entschuldigung, geht's? Bist du schon tot? Dass die Yachter werden. Ja. Ich habe auf dich geschossen. Ich habe eigentlich auf dich geschossen. Das wäre mit Schärfschützen. Ja, mit dem Schärfschützengewehr. Mit dem Sniper. Ja. Das geht. Nicht unmöglich. Geht ganz... Du musst nur zu den Waffen gehen und dann kannst du dir einen Sniper holen. im Waffenladen. Im Waffenladen. Wie viel Geld hast du? Nein, nicht du. Warte, du hast alle Waffen. Alle. Will ich sehen? Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme zu... Ich sehe dich. Ja. Ja, okay. Ich sehe dich. Gut. Ich komme zu dir. Gut. Aber bleib einfach stehen. Ey, wer hilft deine Mission machen? Ja, geil. Und das nehme ich auch noch auf. Okay. Wer ladet ein? Rambo-Killer, ladest du ein? Geil. Okay. Machen wir einen Überfall? Behömmel? Gar trust. Komm an den Er treffenden. Du kriegst die Ecke nicht. Weih unter der´nemy弦 Fenster. Nööö! Ich habe schon mal einen gemacht. Wenn du auf ARTCO gehst, auf den Kanal ARTCO, schreib mal im YouTube ARTCO und abonniere mich. Aber du siehst dort auch, dass ich l Cage, ein Daugelsfall habe gemacht. Und zwar mit, ich habe auf jeden Fall mit jemandem einen Überfall gemacht. Oh, ich bin gleich bei euch. Okay, alles Müll, nö, alles Müll, alles Müll, alles Müll, weil dort verdient man viel Geld, oder? Okay, bist du ein Glitcher, kannst du Glitches machen? In GTA, kannst du nicht? Okay, komm, lad mich ein. Ladst du mich ein? Ah, okay. Und ich habe gerade Sterne. Scheiße. Und ich kann sie nicht wegmachen. Nö. Weil ich kann die Bullen nicht schaffen. Ich kann nicht, das wird mir nicht angeboten, dass ich sternefrei bin. Oh, oh. Okay, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Siehst du mich auf der Karte? Ich, ja, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe sehr viel Kopfgeld. Ich habe sehr viel Kopfgeld. 7000. Wurde auf mich. Wehe, du tötest mich. Du sollst mich nicht töten. Du tötest mich sowieso. Ach, jetzt hat er Sterne. Ey, wo bist du? Wo bist du? Ey, scheiße. Scheiße. Scheiße, ich wurde wo gespawnt, aber wo wo ich nicht wegkomme? What? Jemand hat mich jetzt gerade gekillt, wer war das? Jemand von euch. Wer hat mich? Du! Nein, das ist in Lokom. Das ist einer von dir. Ich glaube ich dir nicht. Okay, ich... Ich glaube es dir. Scheiße, ich habe Stähne. Scheiße. Scheiße. Ey, wer ist online? Alles. Gibt es noch Freunde, die von euch online sind? Ey, du hier. Jens. Yeah. Steig bei mir rein. Ja, ich habe zwei Sterne. Nein, ja doch, zwei Sterne. Wow. Wow, wow, wer ist das? Wer ist das mit deinem... ...gepanzerten Wagen? Wer ist das? Bist du das? Ah, gut. Ey. Okay, ich sitze hinten. Ey, ruft jemand von euch Lester an, weil ihr könnt die Sterne wegmachen, nur ich nicht. nicht. Irgendjemand von euch soll Lester anrufen, bitte schön. Und dann machen wir eine Mission. Gut? Okay. Okay. Ey, warum machst du auf Pause? Darf ich fahren? Darf ich fahren? Okay. Ladest du mich ein? Ja. Okay. Ich heiße Arturo Ferrari. Okay. Wow, wer redet da jetzt gerade? Scheiße, wie... Ich habe Sterne! Scheiße, er zielt auf mich! Oh, was macht der? Warum haben wir zwei Sterne? Jemand hat geschossen, oder? Also, ich schaue jetzt gerade rein.